Was kostet 10 Euro? David, komm, David, komm. Was ist das denn? Achso, weil wir drehen uns doch jetzt eh, deswegen steht die Kamera. Warte, warte. Jungs, Vorgabe, könnt ihr Hamdi fragen, könnt ihr Lenny fragen. Wir haben einen zweiten Ruhunterschied, ihr habt den Korb auch nicht runterspielt. Manchmal würde ich mir aber wünschen, dass ihr in den entscheidenden Phasen einfach noch einfacher spielt. Weil wir können uns das Leben einfacher machen, wir können höher gewinnen. Aber wir haben unseren Job gemacht, 10. Spiel nacheinander gewonnen. Jetzt gibt es mehr. Komische Woche gewesen und ich denke mal, damit ist es auch gut. Okay, komm. Komm, Ramiat. Lina Weiße, Lina Weiße, hey! Lina Weiße, Lina Weiße, hey! Lina Weiße, Lina Weiße, hey! Hörnie. Lina Weiße, hey! Nein, Lina Weiße. ganze Maru. Geht weiter, geht weiter. Applaus 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 Applaus